Hallo Minecraft Freunde und mit einem fröhlichen Zapzarat begrüßen wir euch ganz herzlich bei der zweiten Folge von unserem supergeilen Live in the Woods, ne Live in the Woods, live in the Woods immer noch, ah verkackt und ja Ende letzte Folge hat es etwas stürmisch geendet, deswegen bin ich jetzt mittlerweile auch hier auf dem Dach angekommen, man sieht immer noch die Stellen wo Tim gestorben ist, er hat die Kreuze noch nicht abgefarmt, aber ich habe meins schon geleert, ich habe das Inventar jetzt wieder hier und wir hatten ja in der letzten Folge ein bisschen was auf dem Dach in dieser Kiste gesichert, das war wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wie ich das gemacht habe, weil, oh, 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 was, was ist denn jetzt los? Ich bin irgendwo reingeflogen, man, ich habe ganz komisch gefangen, naja, naja, auf jeden Fall ist es für diese Folge mein Plan, dass wir noch ein bisschen Essen anbauen, hoffentlich klappt es diesmal besser, das wäre super gut, weil ich habe ja oben nämlich nichts mehr und ja, dann schauen wir mal, wo es uns, wo es uns hinverschlägt, ich habe nämlich auch noch gar keine wirkliche Ahnung von diesem Spiel, obwohl, obwohl es einfach supergeil ist gut, ja, wir sind heute aber nur zu zweit, falls es schon jemandem aufgefallen ist, jetzt nach den ersten paar Sekunden Ach stimmt, der super coole Tim ist natürlich nicht am Start, weil er was besseres zu tun hat, aber ja, das ist halt, Tim ist Mr. Business, deswegen, dem kann man das nicht übel nehmen Business, Business, mal ist er da, mal ist er nicht da, aber bald ist er wieder da, hoffentlich und dann wird er natürlich schon meine wunderschöne oder unsere wunderschöne Essensfarben bewundern, mein Plan ist es jetzt hier einfach ein bisschen, äh, das, die Erde wegzukratzen und schon mal ein paar, nice, äh, Gemüse anzubauen Hast du eigentlich mittlerweile ne, 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 ho gefunden, oder? Nee, ich bin noch solo Noch keine Ho da, Mann Ist ja eigentlich ganz gut, aber irgendwie halt auch nicht, ne Man braucht ja irgendjemanden, der das Essen macht Oh, 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 haha Was, ey, du Vor allem meine Axt, ne, meine Schaufel ist halt gleich kaputt Wahrscheinlich Holz, oder? Ja Ich hab halt nichts Besseres Oh mein Gott, jetzt ist die kaputt Ich bin aber auch noch nicht wirklich drauf klar gekommen Letzte Folge hatten wir hier, ah nee, das ist oben in der Kiste, so ein Hornstein abgebaut aber man kann mit dem halt nichts anfangen ich würde gern steinwerkzeug erzeugen und ich habe mich schlau gemacht man kann das irgendwo in der nähe hätten wir hier grünen stein wenn man den abbaut kommt man grünen cobblestone mit grünen cobblestone kann man dann sich werkzeug das ist doch schon mal was ich glaube weißt du denn auch wo der grüne stein ist oder ist das jetzt einfach nur so eine info die dich nicht weiter bringen ja das ist mehr oder weniger eine info ich habe jetzt hier hellgrünen stein gefunden ich weiß nicht ob es das bringt ich baue noch mal quarts ab vielleicht kann man mit quarts was besseres machen ich weiß es nicht mehr ich darf es nicht fragen ich hätte gern wir haben ein problem und zwar man kann keine keine hole mit holz oder stein in dieser in dieser minecraft version machen deswegen bräuchte ich eine aus eisen und dafür brauchen wir körper kombiniert mein freund ja das ist ein ding was machst du denn technischer fortschritt das gemacht crafting table ich habe mir eine spitzhacke gemacht nicht wahr eine spitzhacke ja aus stein ich habe gerade ein stück birkenholz verloren wir haben richtig coole seeds in der kiste ja aber ich wollte das aus bürkenholz bauen ja dann brauchst du das bürkenholz aber ich bin mir sicher dass dieses holz was wir gefunden haben qualitativ viel hochwertiger wäre ist das so ja scheiße ich bin hungry wir haben nämlich noch was rausgefunden der team ist ja letzte folge relativ schnell weggestorben als er hunger hatte das problem ist nur dass unser server mit einer live in the woods live in the woods hungry version läuft das heißt wenn man wenn die hungerleiste leer ist ist man tot klingt ärgerlich ist aber so deswegen müssen wir uns immer dringend um essen kümmern dass immer genug da ist deswegen übernimmt der richi das auch und ich werde mich um unser wunderschönes haus kümmern das ist halt am anderen ende dann von unserem essen anbau aber es sieht schön aus ich würde jetzt halt gern irgendwo mal quarts abbauen um ein bisschen was zu reißen ich glaube ich gehe hier einfach mal die tiefe was habe ich glaube ich wollte ein letzter folge irgendwo gesehen bei mir hier oben ja hier ist hohe schiefer andy sieht hier ist quarts hast du quarts ja ich glaube halt nicht dass man aus was habe ich hier steinsalz kann bestimmt hier fließt wasser rein alles geflutet wir bräuchten ein bisschen einen ofen hast du einen ofen da oben vielleicht wie denn ohne stein okay ich könnte mal das versuchen ja aus dem grünschiefer einen ofen zu bauen das könnte ich mal versuchen aber mehr kann ich leider im moment nicht ich glaube ich habe mit quarts geht es grünschiefer pflasterstein mit dem kann doch bestimmt auch was machen oder gibt grünschiefer pflasterstein eine grünschiefer app aus gibt es grünschiefer pflasterstein probier mal wäre ich habe jetzt neun stück solchen damit erst mal was brauchen wir denn am dringendsten also ich baue sie unten in ofen damit ich mir was zu essen machen kann okay weil ich wochen ja gleich ich hatte auch in der kiste im grünschiefer pflasterstein ich habe es halt nur nicht gemerkt ja es funktioniert kann man sich werkzeug daraus bauen das ist lässig so jetzt werden wir uns mal ganz gemütlich unser erstes rohes lammfleisch braten das ist ja stark was denn lammfleisch das gibt es bei bei minecraft nicht oder da ist es hammelfleisch schade schade müssen aber ein bisschen was in dem ofen nachfeuern ich weiß was wir nachfeuern unsere holzspitzhacke so hast du dir schon eine neue gemacht aus stein oder was ja ich bin jetzt abgehoben da verbrennt er seine holzspitzhacke und richtig ich muss dir was gestehen hau raus vergessen auf den timer zu gucken würde ich sagen machen auf gut glück weiter oder halt auch nicht oder halt auch nicht nur doch natürlich ich habe letztens als wir hier runter gesprungen sind einen kleinen tipp bekommen und zwar dass sie unten wohl eisen wäre ja das ist da unten in dem loch ja ich bin jetzt hier auch hin das hast du mir vorhin gezeigt oder das ist so heftig was für eine stremung es gibt kommst du überlebst du das ich bin hier reingesprungen das baut sich mega langsam ab weil du stein hast oder es funktioniert nicht weil du doch es funktioniert da ist auch noch mehr eisen weil ich baue jetzt nur zwei ab sonst verreck ich ganz jämmerlich man heilt sich sogar wenn man nur vier steaks hat ja das ist cool das habe ich gerade gesehen richtig chillig ich werde jetzt nämlich mal versuchen uns eine gemütliche eisenhaut zu machen damit man hier mal ein bisschen zu rande kommen ich werde gerade mal das ist kein cheaten ja ich werde nämlich gerade mal hier in dem too many items gucken ich suche nämlich ein rezept für den zimmermannshammer du willst schon direkt loslegen oder wie ja ich würde gerne mal was ausprobieren hier oben bauen uns jetzt ein bisschen kohle ab ich habe hier ist das denn eine quartz steinkohle entdeckt das ist natürlich richtig geil hier ist auch ziemlich viel sehr schön okay dafür brauche ich drei eisen das dauert noch ein bisschen ich habe vielleicht zwei eisen aber die welt direkt verbauen es tut mir außerordentlich leid ist direkt verbauen werde aber es muss einfach sein ja ich verzei dir hast du wenigstens ein bisschen wohl bekommt der baum denn hier ist einfach ein baum aus dem nichts entstanden kann es sein dass ich sie zu irgendwie selbst anpflanzen ja ich glaube wenn wir dieses automatische seeds anpflanzen stimmt stimmt ja nee was ich eigentlich sagen wollte ist hast du ein bisschen wolle so sechs stück weiß ich nicht vielleicht ist es in meiner dings kiste die kiste für gute und schlechte zeiten okay aber ich glaube es irgendwie nicht schade oh es wird schon wieder nacht na ja deswegen hast du bei dir unten fackeln für dicht oder brauchst du welche ich habe mir eben 40 stück gecraftet jetzt werden wir jetzt hier ganz gegen aufbauen damit wir die nacht vielleicht mal nicht zu überrascht werden von irgendwelchen ungetümen schon gar kein bock drauf so sieht schon ziemlich lecker aus mein kleiner kreis ich gucke ich werfe mal einen einen blick von hier oben drauf weil das blick drauf oder wirfst du den rund ja ich habe doch hier lichter kreis gemacht was ist das denn für ein komischer baum der daneben steht ist das irgendwie so ein kleiner ast der da aus dem dicken baum wächst wo denn links neben deinen ofen hier ist so ein kleiner ja das wird wahrscheinlich sein seitentrieb wurzel ja ich habe das habe ich nur noch nicht gesehen bisher ja doch das schon die ganze zeit lang wir haben jetzt hier ein bisschen fällt ist doch sehr geil was können wir jetzt hier anpflanzen geht das das geht schon mal nicht sehr geil geht das was denn ich habe gecheatet wieso was gemacht ich glaube wuchs statt kann man das anpflanzen wuchs stadien 3 ich lasse einfach mal eins da ich weiß es nicht ob man das anpflanzen ist mir sehr suspekt das ganze aber bevor jetzt hier die komischen zombies mich wieder abmulzen baue ich mir jetzt ein ganz gediegenes leiterchen das ist absolut geil ich liebe dieses diesen mod sagt mega entspannt alles so voll idyllisch und deshalb richtig gedillig so haben wir hier richtig richtig geile sachen hier haben wir gurken und so ein quatsch ich habe einfach viel zu viel ich muss muss erde raushauen und ja schließlich alles an was ist denn ein üppiges blumenband kann man sich das vielleicht was nass geklaut ah ha ha 1 2 3 6 ich habe blumenkranz um den kopf ich habe einen blumenkranz ich mache unser ne ich mache es elf groß und ich habe kein schwert gemacht man ich bin ein genius ich habe eins ein richtiges genius bin es ich flüchte auf das dach und würde mal behaupten dass vor lauter angst jetzt hier die folge enden muss man das können wir machen ich denke das passt auch ganz gut nein und du hurensohn das gibt es nicht wo wieso ist der denn jetzt explodiert ich bin doch längst weg gerannt ich würde sagen die nächste folge wird sehr spannend weil dann wieder der liebe joshua auf und ihr werdet wahrscheinlich direkt sehen können was bei ihm kaputt gegangen ist ich habe ein ich habe ein ich habe ein deja vu es regnet schon wieder und ich habe ein leute wir sehen uns nächste folge wieder das klappt ja hier überhaupt nicht daumen hoch damit ich wieder sterbe also wir sehen uns macht's gut ciao hat ja es who die da du dieser Bis zum nächsten Mal.